Einen wunderschönen guten Tag meine lieben Freunde und diesmal wirklich einen wunderschönen guten Tag. Endlich nehme ich mal wieder am Tag auf zu diesem nächsten Part von Alien Isolation und vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich muss gerade überlegen, wo ich stehen geblieben bin. Ich glaube, wir haben das letzte Mal ja hier in der Mitte. Ah ne, die wollten wir aktivieren, die haben wir nicht gemacht. Genau, die müssen wir noch aktivieren, diese Schalter. Und genau, dann machen wir das jetzt auch noch gerade. Ich muss auch noch jetzt gerade noch was erwähnen und zwar, mir ist aufgefallen, also ich weiß nicht, was das ist. Ich habe ja das letzte Mal, ah ne, ich muss jetzt zum Computer. Ich habe ja das letzte Mal dieses Entschuldigungsvideo hochgeladen vor zwei, drei Tagen. Ey, ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber ich habe innerhalb von 20 Minuten oder so, habe ich 20 Abonnenten verloren und 19 Dislikes, glaube ich, auf das Video bekommen. Und, ähm, ich glaube, den Androiden muss ich doch auch rausholen, oder? Ja, ich glaube schon, oder? Ähm, ich, genau. Ich habe 20 Dislikes drauf bekommen und 20 Abonnenten verloren. Und ich habe noch, ich habe noch nie, noch nie auf einem Video so viel Dislikes gekriegt. Immer mal so ein oder zwei. Aber das ist mega komisch. Also da ist, dass irgendwas geht da nicht mit rechten, mit, ähm, rechten Dingen, ähm, zu sich, äh, mit rechten Dingen vor. Garantiert nicht, garantiert nicht. Aber wenn das nicht mal irgendwie, ähm, ich glaube fast, das waren irgendwie Bots oder so, keine Ahnung, die mich da abonniert hatten. Ich habe keine Ahnung. Ähm, stört mich nicht, ganz ehrlich, weil, ähm, tote Abonnenten bringen einem nichts, ne? Und, ah ja, genau, der muss ja das Ding erst aktivieren noch. Tote Abonnenten bringen einem ja nichts und von dem her ist mir das eigentlich scheues egal, ne? Weil, keine Ahnung, also, ich meine, das ist ja nicht mal, also, ja, schon blöd, jetzt wegen dem Livestream und so, weil ich den angekündigt habe. Aber ich habe ja relativ schnell, einen Tag später, habe ich ja, ähm, gesagt schon, dass, dass das doch nicht mehr funktioniert und, eben. Ähm, was wollte ich das noch sagen? Genau, also, beziehungsweise, ich meine, das ist ja nicht schlimm, ne? Einfach ein, zwei Stunden später zu Livestreamen oder einen Tag später, dass da gleich so viele Disliken müssen, das verstehe ich halt überhaupt nicht. Und deswegen glaube ich, dass, 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 dass ist irgendwie, ähm, ein Bot gewesen oder, keine Ahnung. Ich habe es. So, ich will schnell mal gucken, ich kann sicher ein paar Sachen zusammenbasteln, das wurde nämlich auch noch gesagt. Genau. Dann habe ich mal wieder ein bisschen mehr Platz im Inventar. Ich bin tot. Scheiße. Yes! Oh, ich dachte schon. Ähm. Verdammt, jetzt muss ich hier raus, gell? Wieder ganz da hinten hin. Ist das dein Ernst? Habe ich noch Flammenwerfer-Munition? Ich weiß es gerade nicht. Scheiße. Okay. Wo ist denn das Vieh? Das ist genau hinter mir. Ich höre es. Das ist genau hinter mir. Ja, Mann. Das ist da hinten. Okay, nochmal rein, nochmal rein, nochmal rein. Scheiße. Was mache ich jetzt? Ja, läuft das jetzt die ganze Zeit da unten rum, oder was? Oh, das ist wieder hoch. Okay. Habe ich noch Elektri... Ja, ich habe noch ein bisschen Energie... Ähm, Energie. Ein bisschen Gas für meinen Flammenwerfer. Warte mal, warte mal, warte mal. Wo muss ich hin? Ah. Oh, warte. Hier ist jetzt offen. Sehr schön. Also, man merkt jetzt so richtig, dass das Alien sich langsam an den Flammenwerfer gewöhnt hat. Das haut erstens nicht mehr so schnell ab. Und zweitens, das wird einfach auch mutiger, ne, was das betrifft. Oh, ich hoffe, ich bin hier richtig. Wo ist das Vieh? Oh, scheiße. Ich glaube, das ist mal wieder oben jetzt, gell? Wo ist denn das? Ist es hier oben? Oh nein. Ich darf mich eigentlich nicht bewegen, aber ich will wissen, wo das ist. Ich will nicht, dass das plötzlich hinter mir steht. Bitte verschwinde wieder. Komm schon. Ich will in den scheiß Schrank rein. Ich will in den scheiß Schrank rein. Kann das sein? Das ist eine Sackgasse. Ich muss hier lang. Wenn überhaupt. Kann es ja auch sein, dass ich hier lang muss. Oder hier lang. Scheiße. Okay, das ist wieder hoch. Sehr schön. Okay, okay. Ähm. Ich guck, ob da hinten irgendein Lüftungsrohr ist, wo ich durch kann. Nee, da ist nichts. Doch, hier. Natürlich. Aber hier ist nichts. Doch, hier ist was. Aber da komme ich nicht hoch, gell? Das bringt mir nicht viel. Und. Ja, da laufe ich einfach komplett in die falsche Richtung. Äh, Leute. Ich glaube, ich muss hier einfach wieder zurück. Nee, nee, nee. Lass mal wieder hochgehen. Ich glaube, ich muss wieder zurück einfach. Der Android greift mich am Arm. Das weiß ich noch von dem letzten Part. Von dem vorletzten Part. Keine Schrage. Ey, diese Musik hier. Okay. Also, ich bin immer noch am Überlegen. Ob das der richtige Weg hier ist. Aber ich glaube schon. Ich hoffe, ich will nicht alles wieder zurücklaufen müssen. Zeig mal, Karte. Ja, ich gehe wieder durch den Lüftungsrohr am besten. Ich gehe wieder hier durch. Komm. Mann, das funktioniert irgendwie manchmal nicht. Aufstehen. Dann. Genau so. Puh. Ich werde den Part leider halt auch ein klein wenig kürzer halten müssen. Weil ich bin ein bisschen am Rechnen. Ich muss in anderthalb Stunden zur Arbeit. Scheiße. Aber ich wollte unbedingt noch einen raushauen, dass ihr auf jeden Fall was heute habt. Ich glaube hier, ne? Zeig mal her. Ey, bitte. Ist das der richtige Weg? Gut, im aller, allerschlimmsten Fall habe ich halt auch noch für den Flammenwehr von Munition. Ich hätte speichern sollen nicht. Aber hier war ich doch aber schon mal. Natürlich war ich hier schon mal. Ist natürlich die Frage, ob das der richtige Weg ist. Oh, bitte. Ist hier eine Tür. Und wir müssten nicht irgendwo hier hinten lang. Bitte. Ich habe halt aber auch... Wäre natürlich mega gut, wenn ich jetzt irgendwie so eine Karte finden würde, wo meine Map aktualisiert oder erweitert. Das wäre halt echt von Vorteil jetzt. noch einen weiter. Bitte ist die Tür offen. Bitte. Hat es da überhaupt eine Tür? Ja, bitte springt jetzt nicht da runter. Die Tür ist zu. Ja, da komme ich nur in den anderen Raum rüber. Och Mann! Ich muss alles zurück wieder. Ich muss hier lang irgendwo. Was heißt das? Das Ausrufezeichen. Kann ich die öffnen? Tür verschlossen. Ich kann die vielleicht öffnen. Ich muss mal gucken, ob ich hier irgendwo... Eine Konsole oder so finde. Ey Leute, ich glaube, ich bin falsch. Ich glaube, ich hätte wirklich da hinten lang gehen müssen. Ich hätte mal zuhören versorgen, was er sagt im Hintergrund. Da habe ich nicht richtig hingehört. Ich probiere noch ein paar Sachen zu basteln jetzt gerade. So. Ich glaube, ich muss wirklich da hinten lang. Ey, was weiß ich was? Ich schalte jetzt mal die Kamera aus. Ey, die regt mich auf. Nehmen Sie den Frachtaufzug zu... Das ist jetzt aber schon noch... Ja, das ist der da hinten. Toll. Och, bitte ist das der richtige Weg. Mann, geh doch rein. So, nein. So, jetzt. Es ist aber noch oben. Ich kann mal ausschalten, ob ich irgendwo diese Karte finde, wo meine... Boah, ich sollte nicht laufen. Wo meine Map erweitert. Da haben wir nun einen Notschalter. Ich glaube, die sind sicher mal gut. Wenn das Alien einen verfolgt, kann man hinter so eine Tür rennen und den Notschalter drücken. Dann kommt das nicht so schnell da rein. Ist jetzt da irgendeine Tür aufgegangen, wo ich hier durchgelaufen bin? Ne, egal. Das hat sich nur so angehört. Ah, ne. Jetzt ist das Ding in der Mitte, was da so einen Lärm macht. Ich muss hier... Ich wette, ich muss hier was machen. Entweder dort... Oder wartet mal. Ich gucke jetzt nochmal in den Raum da hinten. Weil ich habe einen Kopf, dass die Tür hier aufgegangen ist vorhin. Also die vorhin, wo wir da durch sind, eben gerade. Eine weiter vorher. Ich glaube, wir müssen hier lang. Oh, da. Da haben wir so eine. Das ist unten, gell? Das ist nicht unten. Ist das runtergekommen? Jetzt ist es oben. Komm schon, komm schon, komm schon. Zeig mal her. Ja, wow. Nee, oder? Ich weiß nicht. Ich muss gucken. Oh, oh. Da unten muss ich sicher lang. Das ist jetzt da unten. Oh, der ist zu weit weg. Oh, der ist zu weit weg. Ich wette mit euch, wenn ich mich jetzt bewegt hätte, wäre ich im Arsch gewesen. Ich wette es mit euch. Ich muss runter. Bitte, geh nach oben, Alien. Wo ist das? Da hinten. Okay, komm, 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 komm. Lauf, lauf, lauf. Kann natürlich sein. What the fuck Wie ist denn das hier runter Ey, das hat mich so behindert verarscht Das geht hoch Und kommt sofort wieder runter Nein Okay, ey, wir sind auf jeden Fall richtig da Oh, hat mich das erschreckt Okay, ey Leute, es tut mir mega leid Aber ich muss leider schon an dieser Stelle den Part beenden Ich weiß jetzt auf jeden Fall, wo es lang geht Wie gesagt, ich muss jetzt in anderthalb Stunden zu arbeiten Ich will das Video noch erinnern, dass ihr heute Abend ein Video habt Ich werde auch heute Abend noch ein Infovideo zum Thema Livestream am Wochenende raushauen Guckt euch das an, damit ihr wissen wollt, wie das am Wochenende vonstatten geht Ansonsten würde ich sagen, Leute, vielen Dank, dass ihr dabei wart Bewertet ruhig das Video Positiv, ne? Nicht negativ, nicht 20 Dislikes wieder Und, ähm, genau Und vielen Dank, dass ihr dabei wart Genau, euer Nier, haltet ihr onsteif Bis zum nächsten Mal, ciao Bis zum nächsten Mal, ciao